Ja, dann auch ein gutes Spiel, ne? Genau. Ich schaue mal, ob ich anfangen darf, ne? Ach stimmt, genau, ja. Oder ob ich anfangen darf. Ich darf. Ja, du darfst. Ist das noch deiner? Ne, ist deiner. Das war dein blauer, der ist nicht mir, lege ich den mal da hin. So. Okay, Runde 1, viel Glück. Er steigt da mit ein. Ja? Er steigt da mit ein. Ja. Okay, ich bin hier eingesponnen. Wie heißt das Feld? Monofilamentgranaten. Ne, ist okay. Monofilamentnetz, ne? Monofilamentnetz. Okay. Oh mein Gott. Ja, okay, alles klar. Die haben den roten Durst da drinne und die sind alle eingesponnen. Wenn die sich bewegen müssen, sind ein schwieriges Gelände. Schwierigende Test machen. Der Skriptor, der Skriptor ist hier drinne, ich stelle den mal hier oben drauf. Mit bei 5er Einheit. Ich denke, das ist gut. Deine zweite, ja. Verdammt, das bringt jetzt nichts. Und das andere auch nicht. Okay. So, jetzt ist er. Äh, der erste kam, wo wir kommen. Ne, der zweite. Ne. Der erste Jetbikes. Komm, die zweiten. Noch nicht. Ein Jetbike-Trupp? Ein Dreier-Trupp war das, ne? Ja. Okay, und ich hab dir einen von dem Rad quasi abgeknallt. Mehr nicht, ja. Aua, aua. Alles gut? Ja, man muss nicht. Läufer 1, Läufer 2, wow. Okay. Ja, vierte Runde. Ja, ne, kommen wir auf die zwei. Ja. Also, der Cybot steht noch, ansonsten. Ja. Ja, der Runenrad, wie viel waren das? Zwei mal zehn, ne? Ja. Der rote Durst. Läufer 1. Läufer 2. Von links. Okay. Der Läufer flankt. Meine Scouts waren niedergehalten vorhin. Der kommt von da? Okay. Na, kommt noch, genau. Ist noch in der vierten Runde von mir? Vier Rüstungen. Ne, vier. Komm, Space Marines. Stern? Zwei weg. Alle weg. Geht voll. B6, 2, 9 positionieren. Zwei. Zwei. Okay, und dann haben wir da eine fünfte Runde, ne? Geht's weiter? Einmal durchatmen. Hartes Game. Geht's weiter. Oh Mann. Was ein Stranges Game. Du hast eine Einheit dran und ich hab eine Einheit dran. Aber in deiner Phase darf ich nochmal zuhören. Schade. Ja. Ja. Mal vergessen. Ja. Schade. Schade. Nochmal angelegt. Nochmal Waffen zu stellen. Okay. Schade. Ja, wie ist denn das jetzt? Jeder hat nur eine Einheit. Gleichstand. Also 8,8. Und Kill Points. Wieso? Habt ihr hier einen Razorback verloren? Ne, das ist jetzt erstmal die Primären. Das ist egal. Also jeder hat nur eine Einheit. Ja, das heißt 8,8. Und wie ist es mit Kill Points? Wer hat da mehr? Also du hast mir nichts ausgeschaltet. Außer ein paar Wunserer. Ja. Und du hast? Das Razorback, die Standard-Einheit. Das sind zwei. Und den Cypher. Und Cy-Bot. Genau. Das sind drei. Genau. Weil ich hatte das nochmal gehört. Eins, zwei, drei, drei, zwei, drei. Ich hab's hier stehen. Das heißt, du hast drei mehr Kill Points als ich. Das heißt, 8 zu 12. 8 zu 12 gewonnen. 8 zu 12 gewonnen. Das war's.